arbeitslosengeld 1 gefährdet abschlagsfreien rentenanspruch mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de wir erhalten ja auf rentenbescheid24.de ganz ganz viele anfragen und die masse der anfragen können wir weil wir ja nun auch noch rentenberatung durchführen gerichtsverfahren machen leider nicht mehr alle sofort und gleich und wenn überhaupt beantworten aber manchmal kriegt man halt eben auch anfragen rein die wirklich extrem wichtig sind wo wir denken dass es wirklich sinn macht darüber noch mal ein video und sicher hier ihre rentenrechtlichen ansprüche selbst auch ein bisschen bewerten können und dann auch sich die frage beantworten können kann ich nun endlich abschlagsfreien rente gehen oder nicht wir haben so eine anfrage reinbekommen und da ging es praktisch nur darum wann und zu welchen bedingungen jemand in eine altersrente gehen kann und wie denn das mit dem arbeitslosengeld 1 zwei jahre vor rentenbeginn aussieht und der kunde will natürlich abschlagsfreien rente gehen und das ist jetzt genau auch der punkt wo ich jetzt noch mal ganz krass mit einer krassen überschrift auch sage ja arbeitslosengeld 1 kann den abschlagsfreien rentenanspruch für eine altersrente mit 45 jahren wartezeit gefährden meine damen und herren über was reden wir hier eigentlich ich würde es erstmal begrifflich klären erstens arbeitslosengeld 1 ist nicht bürgergeld bürgergeld hat einen völlig anderen zugang zu dieser sozialleistung arbeitslosengeld 1 da müssen sie bestimmte vorversicherungszeiten in der arbeitslosenversicherung erfüllen und dann haben sie für einen bestimmten zeitraum er ist befristet auf maximal 24 kalendermonate arbeitslosengeld 1 anspruch das ist das eine und zum anderen über welche rente reden wir hier eigentlich das zeige ich ihnen mal wir reden hier bitte über die altersrente für besonders langjährig für sie das ist die rente die sie gerne auch bezeichnen als rente mit 63 rente ab 63 oder rente mit 45 jahren wartezeit oder früh rente abschlagsfrei da gibt es so ein haufen begriffe ja hier den hier die bevölkerung für diese spezielle rentenart verwendet wir rentenberater und juristen wir sagen altersrente für besonders langjährig versicherte die altersrente für besonders langjährig versicherte ist deshalb eine besonders eine besondere altersrente weil wir für diese altersrente 45 jahre wartezeit brauchen das ist das eine und wir brauchen auch ein entsprechendes renteneintrittsalter und dieses renteneintrittsalter ist gesetzlich festgelegt es kann nicht nach vorne es kann nicht in die vergangenheit zurückgelegt werden das heißt also wir haben ein mindestrenteneintrittsalter und der geburtsjahrgang 1959 kann zum beispiel mit vollendung des 64 lebensjahres und zwei kalendermonate in diese altersrente gehen wenn sie denn die 45 jahre wartezeit erreicht haben die geburtsjahrgänge 1960 können dann mit 64 jahren und zwei kalendermonate gehen und die geburtsjahrgänge 1964 das ist sozusagen die letzte schnittstelle die können dann nur noch mit vollendung des 65 lebensjahres in diese ganz spezielle altersrente gehen meine damen und herren was meint denn eigentlich wartezeit 45 jahre da haben wir eine zentrale vorschrift da ist es geregelt ich zeige ihnen das jetzt auch mal was da drin steht und zwar der paragraf 51 absatz 3a sozialgesetzbuch nummero 6 da steht drin auf die wartezeit von 45 jahren werden kalendermonate mit pflichtbeiträgen aus einer versicherten beschäftigung oder tätigkeit berücksichtigungszeiten das sind kinderberücksichtigungszeiten zeiten des bezugs von entgeltersatzleistung der arbeitsförderung leistung von krankengeld oder übergangsgeld jetzt kommt soweit sie pflichtbeitragszeiten oder anrechnungszeiten sind angerechnet dabei werden zeiten nach buchstabe a das sind die zeiten also arbeitslosengeld 1 zum beispiel in den letzten zwei jahren vor rentenbeginn nicht berücksichtigt das ist die ist der sogenannte anrechnungsausschluss es sei denn dass der bezug von diesen entgeltersatz leistung arbeitslosengeld 1 durch eine insolvenz oder vollständige geschäftsaufgabe des arbeitgebers bedingt sind das ist sozusagen die rolle rückwärts von diesem anrechnungsausschluss das dazu möchte ich heute in diesem video mal nichts sagen zur insolvenz und vollständigen geschäftsaufgabe mir geht es wirklich nur darum dass wir einfach mal sehen was hier mit dem arbeitslosengeld 1 bezug gemeint ist und möchte ich ihnen das einfach noch mal hier ganz klar zeigen dass sie sehen dass das arbeitslosengeld 1 tatsächlich hier den rentenanspruch gefährden kann ich komme jetzt gerade nicht auf meine bildschirm präsentation auf diese seite aber das mag uns jetzt erst mal ach doch jetzt habe ich wieder ja das mag uns jetzt erst mal nicht stören also meine damen und herren hier noch mal ich habe da zu ihnen auch ein beispiel gebildet damit sie sehen was ich eigentlich meine so wie eine art kleinen zeitstrahl also wir haben ja hier klipp und klar gesagt dass arbeitslosengeld 1 zwei jahre vor rentenbeginn nicht auf die wartezeit 45 jahre angerechnet wird das heißt also im umkehrschluss meine damen und herren dass alle arbeitslosengeld 1 zeiten vor diesem zwei jahreszeitraum sehr wohl auf die 45 jahre wartezeit angerechnet werden sie werden dann auch in der entsprechenden rente komplett mit berechnet also für die zeiten arbeitslosengeld 1 bekommen sie pflichtbeitragszeiten zuerkannt daraus zahlt die bundesagentur für arbeit an die rentenkasse beiträge ein und die werden dann eben für ihre altersrente für die höhe der altersrente berücksichtigt aber zeiten ab dem zwei jahre vor rentenbeginn werden eben nicht eingerechnet ich habe hier mal ein beispiel gemacht wir haben hier eine altersrente die soll zum ersten neunten 2024 beginnen so dann heißt das das arbeitslosengeld 1 bezug sie sehen das ja an der maus ab dem ersten neunten 2022 bis zum 31 8 2024 glaube august hat immer 31 tage nicht als wartezeit grundsätzlich nicht als wartezeit für die 45 jahre angerechnet wenn sie aber bis zum 31 8 2022 arbeitslosengeld 1 bezug hatten dann wird es wiederum angerechnet völlig unproblematisch ist es wenn sie ab dem arbeitslosengeld 1 bezug also ab dem ersten neunten 2022 in unserem beispiel hier genannt schon die 45 jahre erreicht haben dann können sie sich entspannt zurücklehnen und sagen okay bundesagentur für arbeit zahle bitte mir ist es wurscht ich komme zum ersten neunten 24 ganz entspannt in meiner altersrente abschlags bei wenn sie aber zum ersten neunten 22 45 jahre immer noch nicht voll haben dann gibt es da so einen winzig kleinen trick das haben wir auch schon öfters mal erzählt dann machen sie einfach zu ihren arbeitslosengeld 1 zeiten im rahmen des arbeitslosengeldes 1 anrechnungsfrei 165 euro einen rentenversicherungspflichtigen minijob alle minijobs sind jetzt erstmal per se rentenversicherungspflichtig und sie achten einfach nur darauf dass sie ihr rentenbeiträge für aus ihrem minijob heraus an die rentenkasse abführen dann werden sie praktisch wenn ihnen da jetzt noch kalendermonate fehlen in der zeit vom ersten neunten 22 bis zum einundreißigsten achten 24 keine probleme bekommen dann können sie über diesen minijob letzten endes die wartezeit hier noch erfüllen meine damen und herren warum sage ich ihnen das so ganz deutlich es ist immer ganz wichtig bevor man überhaupt in rente geht sich einfach mal seine ansprüche anzugucken man holt sich eine rentenauskunft man guckt habe ich die 45 jahre schon voll wenn nein was muss ich tun bestehen lücken kann es sein dass in meinem gesamten versicherungsverlauf irgendwelche unklaren zeiten sind die deutsche rentenversicherung zum beispiel macht es sehr sehr gerne und sagt ja arbeitslosengeld 1 ansprüche aus der vergangenheit das können wir gar nicht richtig bewerten wir wissen gar nicht ob das arbeitslosengeld 1 ist ob das arbeitslosenhilfe war oder vielleicht auch arbeitslosengeld 2 damals noch hartz 4 genannt vor dem bürgergeld hartz 4 genannt bitte weise uns doch bitte mal nach dass diese zeiten arbeitslosengeld 1 zeiten sind das sollten sie unbedingt tun denn nämlich genau diese zeiten zwei jahre vor rentenbeginn zählen ja wieder in die wartezeit mit hinein hatte ich ja vorhin schon gesagt ja ich zeige sie noch mal das heißt also alle zeiten bis zwei jahre vor rentenbeginn zählen nach dem gesetz nach paragraf 51 absatz 3a als wartezeiten für die altersrente für besonders langjährig versicherte ja und deshalb kann ich ihm wirklich nur raten damit nicht das böse erwachen bekommt das böse erwachen kommt und sie dann einen rentenantrag stellen und auf einmal dann feststellen oh ich krieg die altersrente gar nicht ohne abschläge altersrente für besonders langjährig versicherte sondern sie dann in die altersrente für langjährig versicherte gehen müssen und dann auf einmal einen euro hohen abschlag bekommen das muss nicht sein also mein tipp bitte prüfen sie ihre rentenunterlagen bitte prüfen sie ihre rentenansprüche bitte prüfen sie ob sie die 45 jahre wartezeit voll haben wenn sie das alles geprüft haben dreimal geprüft haben sozusagen dann ist doch alles safe dann können sie entspannt in rente gehen wenn sie da immer noch zweifel haben dann kennen sie verrate jetzt gar nicht dann kennen sie einen eine rentenberatung die deutschlandweit agiert das ist rentenbescheid24.de dann können sie gerne auch unsere beratung früher in rente gehen in anspruch nehmen und dann sagen wir ihnen rechtssicher ob das was mit ihrem abschlagsfreien renten anspruch werden kann näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater viewpoint". www.gettrau.de www.gettrau.de www.gettra 토km 2015 Leute unsere www.gettrau.de www.gettrau.de www.gettrain.de